Au, au. Ja, der ist ja schon aktiviert. Ah. So, damit ist der dort aktiviert. Wenn ich jetzt so mache... Nee. Au, au. Ah, okay, dann habe ich jetzt hier gerade was verdreht. Das heißt, ich muss den Strahl dort reinbekommen. Irgendwie. So. Genau so muss das gehen. Gut, dann haben wir das jetzt gelöst. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen. Und sich von allem Überflüssigen trennen. Genau das muss man machen. Gut, eine Aufgabe noch. Und dann heißt es wieder Aufnahmepause. Dann habe ich wieder ein paar Folgen. Weil danach muss ich jetzt noch Fable aufnehmen. Da ich dort auch keine Folgen mehr habe. Ach Gott, ey. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Juhu. Und doch noch eine Überraschung. Was sind wir hier? 21 von 22. Okay. Wir haben auf jeden Fall wieder ein Laufband zur Verfügung. Mal so. Und wir machen gleich mal direkt so. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi. Ich spreche in einem Akzent, den Sie nicht verstehen kann. Jo, ich bin früh dran, aber wir müssen jetzt gleich los. Schlendere ganz unverdächtig. Hey, Blecheimer. Ich kann dich hören. Ich kann den Akzent klöpfen. Ich laufe! Ja, wie laufe! Na los, na los! Na los, Beine in die Hände! Lauf, ich schließe die Tür! Nur nochmal zur Erinnerung. Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiter rein. Okay, Errungenschaft freigeschalten. Durchbruch. Kurz zu den Plänen, die ich jetzt jetzt noch habe. Wir deaktivieren Ihre Tonproduktion, deaktivieren Ihr Nervengift und dann treten die ihr gegenüber. Im Moment jedoch, laufe! Welche Richtung? Hier lang, hier lang! Okay. Komm, 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 komm. Schade, dabei warst du schon fast seinen letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Äh, was? Für wie dumm hält die uns eigentlich? Oh! Los, komm! So, damit fliehen wir jetzt hier. Ich hätte natürlich gern die Aufgaben weitergemacht, weil ich hatte damit eigentlich kein Problem. Aber unser guter Freund... Oh, wir gehen weiter. Opsi. Äh, 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 hier, äh, da. Na los, na los! Wohin? Äh, was passiert da drin? Sagst du da raus? Scheiße, nein. Du musst da irgendwie wieder raus. Ich kann nicht sein, dann. Versuche, hierher zurückzukommen. Nein, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Wo muss ich hin? Jetzt geht's gut, super, los! Hier lang, hier lang! Ich will zöne! Los, los, los! Lauf! Komm, 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 komm! Äh! Da ist der Ausgang, wir haben es fast geschaffen! Wir tun das alles zusammen, wir haben es beeiligt! 11, hier lang! Ah, scheiße! Scheiße, 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 scheiße! Wohin? Äh! Wow! Okay, wir sind uns auf der anderen Seite. Wow, ist das gerade laut. Boah, ist irgendwie auf den Ohren. Was ist das? Huh! Scheint uns da etwa die Flucht gelung zu sein, oder? Wo der letzte Test eigentlich ganz einfach aussah. Teil 5 Die Flucht Oh, klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was sagst du? Was ist los? Ähm... Okay. Okay, äh... Nicht bewegen! Es ist dunkel. Okay, gut. Ich hab da eine Idee. Aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Oh, das kann doch nicht! Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben! Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt! Wieso hab ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Danke, ey. Du bist echt genial. Uh, ganz schön dunkel hier, was? Jaja, ich mag den Dunkelheit gar nicht so. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Okay, und wohin, mein... Kannst du da hier lang? Muss ich denn jetzt lang? Oh, sag mir doch mal, wo ich hin muss, Mensch. Muss ich jetzt hier aufs Fließband, oder muss ich hier hinten lang weiter? Und jetzt? Komm schon, sag mal an. Wohin muss ich? Versuch rüber zu springen. Nicht stehen bleiben. Der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Okay. Also hier wäre es jetzt schön gewesen an der Stelle, dass man ein bisschen sagt, wo langweil. Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Scheiße, scheiße, scheiße. Kopf schon, Kopf schon, Kopf schon, Kopf schon. Hopp. Schnell, hier lang. Du hast doch eine kleine Geschichte. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen...